Ja, du mit deinem Kack-Hacker-Auto, ja? Ja gut, jetzt lass mich mein Geld einzahlen, dann machen wir den Job jetzt. Ja, nee, ich muss mit dem Raketenwerf auf dich schießen, warte. Ach, jetzt hör doch auf! Ja? Ja? Nein, jetzt hab ich hier irgendwas anderes gewählt! Nein, immer noch nicht. Ich hab heute einen im Angebot gesehen, also was heißt Angebot, auf Ebay Kleinanzeigen für 100 Euro. Nein. Quasi denselben, wie ich ihn jetzt hab. Okay. Aber ich hab kein Geld. Jan, kannst du kurz mal mein Auto zerstören, bitte? Nein. Bitte. Kostet mich Geld, hör auf! Nein, das Ding, das ist mein erstes Auto, das kostet, keine Ahnung, 200 Dollar zum Zerstören. Ja, ich bin schon im Job. Ja, okay, dann hoff ich, dass ich jetzt meinen anderen auch hernehmen kann. Ich weiß nicht mehr, ob er da ein Auto... Ja, wenn du den Job hast, und das heißt, dass der bei dem im Depot steht, dann kannst du auch für die Mission hernehmen. Mein Gott, ey, ich hab so gar kein Geld gerade, ne? Ich hab gerade mal 10.000. Ich bin zu pleitern. Echt? Mein Gott. Ja, ja... So, 8.900 oder so, keine Ahnung. Ja, 1.000. Das hab ich auch, aber du hast wesentlich mehr irgendwie Fahrzeuge und so, Domi. Nein, ich meinte, ich hab 8.900.000. Das hab ich auch. Okay. Und dann hab ich aber gesagt, darauf, dass du wesentlich mehr Fahrzeuge hast. Ja, und die sind alle aufs Maximum-Gipton, was ich... Ja, genau. Und dann hab ich gesagt, Hacker... Und alle Waffen und alle... Hacker. ... alle Mods, die ich dafür kaufen kann. Ja, genau, Hacker. Und ich wusste auch meinen geilen... Hey, Domi, du kannst Go machen, ne? Domi ist Rauchen. Ja. Dann steig... Dann steig aber Jan ein. Alter, bin ich sehr gut gefährlich? Ja. Verdammt, hast du rausgekommen. Ey, so schlecht fahr ich gar nicht, ja? Besser als Maxi. Nein. Doch. Nee. Besser als Maxi. Ich war sowieso falsch scheiße. Ich mein, ich bin halt auch einfach eigentlich eher unser Pilot, ja? Stimmt nicht mal. Ja. Aber fliegen nun geht mir gar nicht. Doch, fliegen ist easy, easy. Ja, keine Ahnung, ich hab da glaube ich noch nie mehr die... Erste... Den ersten beiden oder so. Nee, doch, ich hab sogar ein bisschen was. Glaube ich. Und fliegen ist das Geilste. Ich weiß nicht, ob das jetzt den GTA ist oder wo auch nicht. Achso, übrigens, ich hab jetzt meine LED-Leisten im Rechner wieder angeschlossen. Uuuuuhh... Und hab jetzt noch zwei weitere hinter meinen Bildschirm geklemmt. Das heißt, jetzt hinterm Bildschirm der ganze... Warte, ich mach das Foto. Naja, mhm, Foto. Weil ich Foto tue ich Facebook. Oh, mein Suchert nach, geht ja... Ja, ich weiß. Na, dann hab ich ja Foto angeschrieben, so von wegen, ey, wie schafft's noch ausgeht, soll ich auch hier so... Zeitenteil der Fenster einzeln und so kaufen, ne? Nee. Sagen sie, ja, da, hier, im Shop bei uns. Guck ich drauf. Ey, weil du mir verarschen. Soll ich so eh nicht vorfällig. Ja, stimmt, ja, hast du mir erzählt. Oh, jetzt läuft grad Hangover. Gaube, was planst du für ein Thumbnail? Achso, der Film meinst du? Ja. Achso, ich tat das Lied. Nee. Ey, wir müssen dann mit einem Pferdchen immer so Kuppenbild und so für Thumbnail und so. Mit Marco will ich auf kein Bild. Quatsch. Können wir machen. Ich auch nicht. Irgendein Mobbing-Opfer brauchen wir ja. Irgendeiner muss ja der Sepp sein. Oh, wow. Ich bin aber nicht wie Sepp. Na gut, das ist immer. Das ist jetzt aber ne schwere Beleidigung, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sepp geht mir momentan so auf in die Sack. Alter, egal ob das jetzt in Uno ist, weißt, die ganze Zeit aufkam. Ja, mach doch nicht Spaß. Und vor allem, am Anfang haben sie so gesagt, ja, tappt doch nicht die ganze Zeit raus, weißt, und dann sagen so, ja, schau mal, da ist doch schon wieder mit der Maus auf dem zweiten Bildschirm. Ja, ja, Sepp, 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 was denn? Du bist dran. Oder auch in der letzten Folge so, Sepp, du bist dran. Ich schrei da richtig. Ja, man, die hab ich heute geguckt. Ich hab mich so aufgeregt. So. Boah, aber Hadi dann auch, ne? Und dann so, was machst du denn, du Hadi? Alter, hier geht's um unseren Kanal, nicht um den ihren, auch wenn die gut sind. Also, warte mal ganz kurz. Hallo und herzlich willkommen zum Abschluss. www.youtube.com Das heißt, Mess stehlen. Ja, du kannst ja rennen dann. Mess. Nachdem Jan angefangen, also kurz davor. Triff du Mess. Genau, nachdem ich die Ansage gemacht habe. Wir holen uns jetzt das Mess. Ja, genau nach seiner Ansage, weil die einfach scheiße war. Genau. War doch wunderbar. War doch wunderbar. Kurz davor, meine ich. Dann haben wir das vorgeplänkelt nicht drauf. Oh, wieso hab ich jetzt Silvestern? Was denn hier los? Oh, mein Auto steht jetzt immer auf einer anderen Position. Soll ich dir denn, Max, immer einen Anteil von 15.000? Moment, Marco wartet doch. Ja, dann stehe ich nicht. Das bin ich, nicht Marco, der warten muss. Falsche Sorte. Egal. Auf geht's. Marco wird abgeklärt, weil er nicht gepanzert ist. Nee, 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 nee. Max, hier, geh mal in die Ego-Perspektive. Ja. Oh, Alter, in den Dingen siehst du gar nichts. Oh mein Gott, er hat eine Waffe. Ich schieße den Himmel. Oh, nee, O'Neal. Oh, das ist ein Kacke. Oh, fuck. Nicht spoilern, Alter. Spoilern, Scheiße. Nein, der hat doch gerade O'Neal gesagt. Das war Kapaz, Junge. Echt, erst weit bin ich noch nicht, sorry. Basketball. Ich habe mit Trevor erst angefangen. Und er hat gerade vorhin einen Springrund gekotzt, als er mit dem Singleplayer geworfen würde. Oh, ja. Mega leck. Oh, oh, oh. Oh, so scheiße. Das ist ja auch mega lecky. Echt? Dafür leckst du mich im Teamspeak. Das ist ja schon mal etwas. Ach, Mann, wie hast du das jetzt auch endlich mal, dass man ab und zu mal so ein Mikro-Relacks hat, ja? Nee. Boah, weißt du noch, Jan, hier, wo du getompt bist und dich festgepackt hast? Oh, das war toll. Oh, Alter. Du musst du eigentlich jedes Auto mitnehmen. Ja, es war schaass. Das ist zu meinen tollen Fahrkünften, ne? Jan. Wenn ich leckst, dann meine ich auch von Benutzproblemen, sonst ruckelt's. Achso. Das sind ja nur noch vier Kilometer. Vier Tollometer. Tollometer, ja. Das ist eine neue Entfernung. Okay, genau. Das ist so ähnlich, wenn du so ähnlich wie Kilometer, nur Toller. Ja, nur Toller, ja, genau. Oh, da wird ja was. Das ist so ähnlich wie zum Beispiel hier von Pizmeter, aber ich weiß nicht mehr, wie der Witz ging. Was schlimmer als Untertan ist, dann ist es Peter-Tan. Jonathan. Oder Jonathan. Ja. Oh mein Gott, wenn du schon zitierst, ne? Alter, ist so scheißnäglich. Von unbekannten YouTubern. Immer, wie gesagt, egal wie dicht du bist, denk immer dran, Goethe war dichter. Ja, oh Gott, ja. Ja. Ich bin mir schon mit schlecht. Obwohl der Witz mit Jonathan ja nicht so schlecht war im Video. Ja, eigentlich schon, ne? Weil der Name... Ja, wir sollten nicht über andere Videos überreden, wir sollten über uns reden. Aber da gab es doch noch so einen Witz, den hat Peter mal bei so einem Far Cry 4 Video. Keine Ahnung. Das ist auch in dem Best of, aber ich weiß es nicht mehr. Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Mein, äh, lol. Mein Druck ist doch immer woanders. Watt, 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 ja, eigentlich schon. Oh, hallo, hallo, hä, wie, wo, wo muss ich die Farms? Müssen wir jetzt die Farm säubern? Die Farm? Die Farm von Crystal Meth. Mit dem Crystal Meth. Ja, genau. Crystal Meth. Hupsi. Oh, da sind aber gar... Da sind aber, ich bin da noch nicht drin, ich bin da vorher. Ich bin nur in den Punkt gefahren. Ne, ich sag's jetzt. Das sind aber viele da. Was, die Meff-Dealer? Aber ich halte mich diesmal dezent zurück, ja. Ja, komm, Juni, wir fahren da jetzt einfach rein. Ja, natürlich fahren wir jetzt einfach rein, alter. Ja, wartet auf mich, dann will ich mit. Oh, er hat gebremst, alter. Du brauchst so eine geile Fanfadenhupe noch. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Och. Bin ich Mikro-MP, ja, Pepistrolle. Ja, schöner am Anfang schon schießen. Wir bleiben einfach dre, aber sie sind halt auch in Häusern und so, ne? Ja, die kümmern wir uns später. Ich hab so zwar keine Chance gehofft, was wir treffen. Jetzt in die Ego-Perspektive. Warte mal, die zwei da vorne... Nein, nein! Ich kam da gerade einer aus dem Fenster und der ist da immer noch. Mich würde mal interessieren, ob man doch dann irgendwann durch die Fenster schießen kann. Ja, man kriegt schon ein bisschen Treffer ab. Ich fahre, ich fahre! Bleib stehen! Wo sind denn die? Ach, da oben. Hä, wo sind die da links? Ach da, lol! Boah, den Meinen hab ich gerade so'n Lucky Headshot gegeben, ne? Ja. Ich glaub, es ist die langweiligste Methode, wie man die ganze Sache hier machen kann. Natürlich! Aber die effektivste! Ja, das stimmt. Ja. Ja, ist gleich mit vor Aussteigen gleich. Oh, ich glaub, den darf man nicht kaputt machen. Weiß ich aber nicht. Was denn? Den Anhänger da, weil ich da grad drauf geschossen hab. Ganz kurz. Ja, dann darfst du's bitte. Ja, ich weiß es nur noch so ganz leicht von der Mission. Jetzt müssen wir langsam, glaub ich, aber ins Haus. Ja, lass mal, lass mal. Ey, noch ein bisschen, dann fahr uns weiter vor, aber noch weiter. Fahr nochmal die Scheune hier rein, oder machen wir die Scheune noch sauber? Links, da links ist noch was, ey. Ich glaub, ja genau da, da sind noch welche. Und da sind die Trucks, die was wir brauchen. Da kann man... Ja, mein, ich kann auch steigen. Ja, noch nicht. Wo sind die? Hier. Da sind noch mehr. Da. Da sind die Trucks. Ja, lass hier die Leute noch holen und dann zu Fuß weiter gehen. Soll ich gleich... Warte, 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 oh. Warte kurz, warte kurz. Oh, da ist ja noch. Welcher Depp hat gerade einen Reifen von dem LKW zu schossen? Der Truck ist kaputt. Da ist noch einer. Ich... Oh, da ist der Reifen kaputt. Ja. Ich kann nicht... Oh Gott, der lebt ja immer noch. Ja, Domi, Domi, bleib doch mal stehen. Ah, okay. Du fahr mal da schon. Ich mach nur noch andere weg. Okay. Dann lass uns jetzt mal reingehen, Leute. Ja, wir müssen die Trucks hier nehmen, aber ich kann irgendwie nicht als Fahrer reingehen. Ja, aber wir müssen erst jetzt schlöten. Ach, deswegen? Ja. Ja. Wir sollten erst mal... Stiehl den Tankwagen. Echt? Bei mir noch nicht. Oh, shit. Holy. Ich bin in die... Ich bin tot. Oh, genau. Nein, nein, nein. Ich auch fast. Noch nicht. Da noch nicht hingehen, noch nicht hingehen. Nicht hingehen. Maxi. Ja, ich seh's. In dem Haus sind noch mega viele Leute. Oh, hinter uns. Hinter uns. Hinter dir, Maxi. Hinter dir. Okay, jetzt glaube ich. Kann ich jetzt rein? Oh, 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 sorry. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Ich krieg auf den Zack. Ich nehme schon mal so einen Anhänger. Wir müssen, glaube ich, zwei Anhänger nehmen. Wir müssen einen Tankwagen stehlen. Auf mich wird geschossen. Ich brauche Hilfe. Oh, Gott. Ja, im Haus. Im Haus. Ich hab doch gesagt, lass das Haus säubern. Alter. Wo kommt denn der her? Alter. Wow. Oh, Mann. Falsch. Letzter Mann. Warum? Warum? Achtung, Granat im Haus. Ja, dann warte ich hier einfach mal. Au. Oh, der ist oben drauf. Warte mal kurz. Ich weiß nicht, wo die sind, die Leute im Haus. Ich glaub, da sind noch welche im Keller oder so. Es kann sein. Oben, im ersten Stück ist die... Ah, einen hab ich noch. Und jetzt sind noch zwei. Oh. Oh. Meine Granate. Ich komm mal rum zu euch. Oh, ich hab Geld gefunden. Oh, 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 oh. Da kommen neue. Da lebt... da hinten ist noch einer irgendwo. Ja. Ist er weg. Ab ihn. Ab ihn. War so'n dicker. Und immer noch zwei. Boah, das Ding, ne? Das... Warte, Alter. Lass die da drin. Die sind egal. Dann lass jetzt den Truck. Hängt alles an. Oh, fuck, 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 fuck. Alter. Ich werd hier direkt eingeballert. Wer... Weiß nicht. Soll ich mal gucken? Aber der... Warum ist der Tankwagen schon... Boah. Oh, hab's. Irgendjemand ist gestorben, oder? Nee. Da ist noch einer auf dem Feld. Nee, komm rein, wir müssen fliehen. Ja, ich komm mal. Da ist noch Feld. Irgendeiner muss doch noch einen Tankwagen nehmen, oder? Nein. Ja, den hab ich doch. Achso, gut, okay. Achso, wir müssen nur eins länger klauen. Achso, okay. Aber der darf nicht auf mich schießen, weil sonst macht bum bum. Ja, fahr du. Fahr, wir kommen. War fein. Aber ihr müsst halt nah bei mir sein, falls irgendwelche Leute kommen. Wir sind auf Weg. Naja, wir sind gleich da. Ich dachte, wir müssten halt ähm... Mehrere, ich hab auch gedacht zwei. Ja, deswegen. Achso, das war keine Bedrohung, ja? Da vorne sind welche, ich lass euch vorfahren. Ja. Ja. Hä, sinds weg? Ne, Leute. Fahrer's down. Müsst ihr jetzt kaputt machen, ne? Alles weg, alles weg, alles weg. Wir müssen noch vorfahren, da ist noch jemand, da ist noch jemand. Oh mein, das gehört ja gar nicht dazu. Oh, lol. Stell mich so davor, dass ihr nicht auf den... Ein Fahrer ist down. Und ich fahr weiter. Ja, fahr weiter. Alles down, alles down. Moment, ne, der gehört gar nichts zu sehen. Ja, da kommen aber noch mal, da kommen welche... Oh Gott, ich nehm ne... Einer down. Keiner down. Alter, habt ihr das gesehen? Achtung, vorne. Ja. Oh Gott, ich brenne. Das Moment gehört gar nicht dazu. Ich fahr halt immer den Tank, äh, den Truck nach vorne, damit die nicht auf den Anhänger schießen können. Wir fahren. Einer down, zwei down. Von denen ist noch einer aus. Oh, da ist noch ein Quad. Oh, oh. Nicht auf mich schießen, Quad. Oh, vor mir auch noch. Oh nein, 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 nicht dran! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja, ja, ich hab mich grad festgepackt. Warte, warte, warte. Oh, ich hab beide! Kommt ihr? Ja, ja, bin da. Ich hab da welche getötet. Oh! Wie das Auto gegen uns geschleudert ist. Guck mal! Da ist ein Golf-Caddy. Das ist ein Golf-Typi. Der gehört doch gar nicht zu, ne! Das ist scheißegal! Jomi fährt einfach alles. Mein Tanklaster, der ist schon ein bisschen, ne? Ja, halb kaputt, ich seh's. Ja. Jetzt wirst du nur noch da hinfahrt, oder? Aus dem Wasser? Ja, aber da kommen wahrscheinlich noch welche. Nee, da kommt keiner. Obwohl, 500 Meter, nee, da kommt keiner mehr. Nee, da kommt keiner mehr. Sorry. Ich wollte ein bisschen ausschwenken zum Lenken. Das ist die Linie, da darf keiner drüber fahren. Ja, da ist unser Kriftel-Meth-Labor. Das war's jetzt mit der Mission, oder was? Ja. Na ja, ich glaub nur teilweise. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ich glaub das ist ja immer noch zur Vorbereitung. Ja, ja klar. Ja, ja klar. Oh, 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 ich glaub ich war dann 38. Nee, ich noch nicht. Erst, erst danach. Ja, dann einfach. Jetzt kommt erstmal die Hauptmission. aber sie ganz witzig aus der endscreen dann